So, der Ringlecker sieht. Was kann dieses Schätzchen so? Hohohoho, außer... Toll sein. Chameleon, 35% an sich selbst und festigen Schnelligkeit. Damit werde ich doch in Windeseile nach... Dings kommen. So. Ich schwinge doch gar keine Waffe. Ich zauber, du Dussel. So, legen wir das jetzt an, damit wir schnell nach Quatsch kommen. So, wo ist Quatsch? Wo ist Quatsch? Quatsch liegt in der anderen Richtung. Hoppla. Gut, dass es gleich dunkel wird. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Oh, okay. Nein. Okay. Ah, als hätte ich nicht schon genug Probleme mit meinem Pferd zu suchen. Jetzt darf ich auch noch... Ach, egal. Na gut. Ich wünschte, ich könnte gastfreundlicher sein. Aber ich bin etwas abgelenkt. Ich habe ein Problem mit Bären und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich habe ein Problem mit meinem Pferd. Was hast du denn Problem mit Bären? In letzter Zeit wurde meine kleine Schafherde einige Male angegriffen. Ja, meine ganz kleine Schafherde. Ich hoffte, dass das Problem durch den Bau eines Zauns gelöst würde. Aber das hat gar nichts geholfen. Dann, eines Tages, als ich gerade das Haus verlassen wollte, sah ich die Übeltäter. Eine Gruppe Bären aus der Westebene schleppte ein Todes Schaf davon. Dann bewährst du mit Erdbären. Ja, bewährst du mit Erd, dann werden die Bären zu Erdbären. Wenn ihr ein paar von ihnen töten könntet, würden die anderen wahrscheinlich einfach weiterziehen. Ja. Ich sage euch etwas. Tötet sechs der Biester. Bringt mir ihre Reißzähne als Beweis und ich werde euch großzügig entlohnen. Bitte, ihr seid meine einzige Hoffnung. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Verflixte Bären, mich so aus Schadrock zu vertreiben. Ja, verflixte Bären, dich so zu vertreiben. Und man sieht es schon, ich bin ein bisschen umsichtbar. Ra, 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 ra. Ra, ra. So, wie findet man Bären am besten? Mit der sieben. Oder auch nicht. Bären! Bäri, Bäri, Bäri! Bäri, 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 B Waffe zu, die man mich nicht sieht. Und da ist ja schon der erste böse Sonne, geh unter. Obwohl, dann sind die Viecher ja noch weniger zu sehen. Oder wir legen dieses Mistvieh einfach auf einen Scanner und skupieren sich. Das kann trillion, zillionen sein. Wo greifst du denn an? Ich bin hinter dir. Oh, kannst du dich so schnell nicht zu mir reden? Oh, das tut mir aber leid. Ist hinter mir jetzt noch ein Bär aufgelobbt? Ja, ich glaube. Oh, Uff. Bärie. Glücksbärchen. Stirb. Ja, erster Zahn. AJAJAJAJA! Hehe. Feiglingsdaci. Hehe. Ah, schön. Wie langsam zu Tode geschlitzt wird. Und er kann nichts dagegen tun. Weil er sich zu langsam umdreht. Ich liebe Schnelligkeit. Wie schnell bin ich denn jetzt? Oh. Meine Konstitution und Willenskraft ist geschädigt. Ich sollte mal wieder in eine Kapelle gehen. Jetzt habe ich nicht geguckt. 96. Wenn jetzt noch die 7-Meilen-Stiefel dazu kämen. 296. Steht euch das mal vor. Und zu Schwemmelastet. Zu Schwemmelastet. Das nächste Glücksbärchen. Waffe wechseln, damit ich... Ach, was wieder in der Waffe drin. Ach, die ist auch leer. Warum sind meine Waffen leer? Ja. Egal, mach ich gleich. Mach ich gleich. Hallo, Glücksbärchen. Ich hatte meine Waffe gar nicht gezogen. Wie nett, dass ich das erfahre. Ich bin lieb, I can fly. Und dann platscht er auf dem Boden auf. Ich kann das Unterricht schon gar nicht mehr lesen. Egal. Die Kratzer und Schnittwunden, die ihr in langen Übungsstunden mit allen möglichen Klingen davongetragen habt, waren nicht umsonst. Ihr seid ein Meister im Umgang mit Hebe- und Stichwaffen. Bei eurem heftigen Sturmangriff habt ihr nun die Chance, den Gegner zu lähmen. Haltet die Angriffstaste gedrückt, während ihr euch rückwärts bewegt, um diesen heftigen Angriff auszuführen. Zu, für, auszulösen. Bläh. Warum haben die die Box nicht einfach größer gemacht? Dann hätte der Text doch reingepasst. Ach. Ich bete, in der englischen Version passt er rein. Habe ich hier noch ein Glücksbärchen gesehen? Nein. So, da kommt du mal angehören. Oh. Oh. Waffe kaputt fast. Die Hälfte haben wir, wie ist denn schon? Dun, 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 dun. So. Du sein. Tot. Ach, an. Da hinten müssten eigentlich noch ein paar Bärchen gewesen sein. Das ist aus meinem epischen Erinnerungsvermögen. Auf das man sich sowieso nicht verlassen kann. Moment mal, wir heißen ja wir an der Westebene. Also würde ich mal nach Westen gehen. Das ist ja vielleicht so voll. Kann ich nicht einfach ein paar Schafe töten und sagen, hier, das waren Bären. Kann ich nicht einfach ein paar Erdbeeren nehmen, sie mit Erde vollschmieren und sagen, nein, das sind keine Erdbeeren. Das sind, du bildest dir das nur ein. Das sind Bären. Und der vierte hat das zeitlich hier gesegnet. Noch zwei. Das ist wie eine Suche für einen Nadel im Heuhaufen. Für nachschicken. Nach. Egal, ich kann sowieso nicht mehr sprechen. Kann ich nicht einfach ein paar andere Bären töten und behaupten, das wären die Zähne von denen? Oder wie sehen die Zähne überhaupt aus? Ja. Aber Bären... Haben Bären Zähne? Habt ihr vielleicht die Bären gefressen? Mal so eine Frage. Ich weiß doch keiner. Ausgeflogen oder wie? Ja. Ja. Quest-Fall gibt es auch keinen, der sagt, da sind die Bären. Nicht so wie bei den Toten-Geschwörern in der Einhöhle, wo ich vier Millionen Mal gestorben bin. Ach. 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 Selbst bei dieser einen Mission, wo man fischen musste, gab es Quest-Pfeile, die die Position angezeigt haben. Warum gibt es hier keine, Bethesda? Was habt ihr euch dabei gedacht, als ihr diesen Quest programmiert habt? Was habt ihr überhaupt gedacht? Ich bin ratlos. Ich habe mein Pferd verloren. Jetzt habe ich die anderen beiden Bären verloren, die ich nie gefunden habe. Jetzt habe ich auch noch... ...meine Bewegungsfreiheit verloren. Da! Da! Du verlierst gleich dein Leben. ...meine Bewegungsfreiheit. So. Reichen nicht fünf Zähne? Warum müssen es unbedingt sechs sein? Warum müssen es unbedingt sechs Zähne sein? Juma, was haben wir denn hier? Einnachstabär. Habe ich jetzt wirklich ein englisches Wort in einem deutschen Satz genutzt? Ja, ich sollte zurückkehren. Waffe ziehen, Waffe einstecken, gut. Es ist dunkel, das bedeutet, wir können noch gleichzeitig ein bisschen Blut saufen. Nix da. Warum kann er nicht sein Tor zumachen? Warte, nicht vorher zu viert? Ja, ein Schab ist weg. Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Warum schlägst du dich? Ich fühle mich gleich viel besser, nun, da ihr hier seid. Ach, du kannst deine Sachen behalten. Ich weiß nicht, woher diese Bären kamen und warum sie gerade mein Haus angriffen, aber ihr müsst sie vertreiben. Weil du Opfer bist. Ich glaube es nicht. Ihr habt es geschafft. Tja, ich hoffe, dies wird sie endgültig vertreiben. Ich habe das geschafft, woran viele zweifelig sind. Es mag ein paar Nachzügler geben, aber dies sollte klappen. Und, wie ist es mit der versprochenen Belohnung? Welche Belohnung? Ein Buch. Du hast mir jetzt wirklich nicht ein Buch gegeben, dafür, dass ich sechs Bären töten soll. Tja. Vielleicht nehme ich doch dein Essen, Lieber. Wie ist das Buch überhaupt? Ja. Und dann auch noch... Nahkampf! Ja! Ja! Gib mir ein Buch, das eine Fertigkeit erhöht, dass ich so wenig benutze. Vollidiot.